Ich glaube, da machen wir uns jetzt mal auf zu dem See. Nasehain habe ich auch schon gesehen. Die Atmosphäre an sich im Spiel ist unglaublich. Wo kann ich hier raus? Da. So, ich bin jetzt wirklich zufällig hier in diesem Unterschlupf gelandet, also gewesen bin ich auch noch nie. Klettern. Ah, auf jeden Fall das Dach. No Golden Path. Pergamon of Savior. Das können wir entfernen. Propaganda zerstört. Eins von 150. Uh. Scheint es noch eine ganze Menge zu geben. Hier ist so ein kleines altes Dorf. Was ist denn da hinten? Oh. Was denn du? Ist schon wieder ein Fähigkeitspunkt? Umgekippte. Die einzigartige Waffe Stormer ist jetzt an Handelsposten verfügbar. Hm. Sehr, sehr interessant. Die haben sich hier umgekipptet. Ja. Oh. Ferge, Pargaments, Propaganda, wenn du welche siehst. Ja, ist ja gut. Welche Grenze habe ich übertreten? Ist das die Spielgrenze? Nee, die... Das ist ja komisch. Welche Grenze. Ich meine, ich kann auch einfach weitergehen. Hm. Und... ...nen anderen, äh... Turm, einen Glockenturm machen, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Wir dürfen da nicht lang. Das heißt, wir gehen zurück. Die Stormer-Waffe... Nö, gucke ich mir jetzt nicht an. Können wir hier durchklettern? Ja. So. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist es auch genauso wie in Fakura 3, dass man kein Geld braucht, um die Waffen zu kaufen. Man schaltet sie durch das Freischalten der Glockentürmer einfach frei. Ein Adler! Ein Adler! Achtung! Adler! Adler! Ein Adler! Ein Adler! Ja, die können einen hier auch angreifen. Habe ich auch selbst schon, äh, erlebt. War ein bisschen strange in dem Moment, aber sah irgendwie cool aus, wie es... ...wie ich so auf einen Zugesprung ist. Oh, er hat einen Unfall gebaut. Kann man dir irgendwie helfen? Eher halten zum Reparieren, na, aber... Komm mal bitte! Komm her! Nee, einfach auf die Motorhaube geschweißt, wisst du? Und dann wird das schon. So, bitteschön. Wieder eine gute Tat verbracht. Hey, komm mal her! Ja, passen. Oh, danke. Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir was. Ja, ja, alles gut. Von daher, äh, ein bisschen blöd, äh, mit dem Geld jetzt... Wir haben jetzt auch grad wieder, äh, ein bisschen Geld bekommen. Als Dank. Ich sag's, wir kriegen Karma. Schade eigentlich. Da seht ihr, ist Heilspritzer automatisch hergestellt. Aber man kann mit dem Geld halt irgendwie null anfangen. Weil man eh alle Waffen kostenlos im Shop kriegt. Durch die, äh... Durch die, äh... Ausrichtstürme. Das ist ein bisschen... Ja, ich hab's schon in der letzten Aufnahme erwähnt. In einem Part ist... Ist leider so kein geschlossenes System in sich. Und man weiß mit dem Geld halt irgendwie nichts anzufangen. Und das Geld häuft sich halt immer noch mehr an. Weil man von Gegnern dieses unnütze Zeug kriegt, wie... Da gibt's ja ganz verschiedene Dinge. Irgendein Handy oder ein Magazin. Karma-Ereignis. Da haben wir's schon. Zufälliges Ereignis. Wo Revolutionäre angegriffen werden. Wenn man denen hilft, dann kriegt man Karma. Los geht's. Ereignis abgeschlossen. Brauchen wir jetzt nur einen töten. Und dann... Haben wir's schon geschafft. Kommen wir hier noch ein bisschen Munition. Schützenhilfemarke. Die kriegt man dann irgendwie immer. Oh, was ist hier? Oh, ein dickes Na... Oh, ein Nashorn. Uhu-hu. Das ist arme Nashorn. Uhu-hu. Dann sollst du die Natur lieber nicht unterschätzen. Das gucken wir uns mal an. Oh. Wie ist die Leute hier wegkickt. Alter, sind die tot? Ich will dem auch nicht zu nahe kommen. Oh. Oh, okay, okay. Jetzt sind wir dran. La, 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 la. Wo ist es hin? Ich seh's nicht. Da hinten. Oh, es nimmt das Auto auseinander. Da helfen, glaub ich, mit ganz schwere Geschütze. Alter. Loll. Wie die einfach alle instant tot sind. Nasson! Mies Ah, Hilfe Oh Gott Ach du Scheiße Hilfe Oh Gott Ich hab einfach nur hinter mir so richtig Das Auto weg Fliegen hören habe Den aufprall Und auf einmal stand es neben mir Alter Da hatte man kurz mein Herzkasperl gehabt Aber Zum Glück alles gut gegangen Puh Ist ja richtig was los hier So und ich glaube wir sind da Ja wir sind da Sehr gut Seht es euch an Ist das nicht wunderschön Und ich darf euch mal was verraten Als ich heute an diesem See war Also ja Heute Am Tag dieser Aufnahme Bin ich irgendwie von dort oben Da runter gekommen War dann irgendwo Ne ich Genau ich war da Irgendwo bin dort hinten runter gekommen Weil da ein Wasserfall ist Und bin dann hier hingekommen Also unglaublich Auch welche Möglichkeiten es gibt Ähm An verschiedenen An die verschiedensten Orte zu gelangen Das ist einfach genial So wir steigen mal hier ins Boot ein Und vielleicht kann ich euch Vom Boot aus schon was zeigen Das Wasser hat es nämlich in sich So viel kann ich verraten Übrigens ganz cool Wie man sieht hier Wuuuuh Die gischt Wie das Boot Ähm Ja erzeugt Die Wassereffekte Echt cool Ich spiele übrigens mit den Einstellungen Einstellungen hoch Mee Ganz cool Ich schau mal ans Wasser Ah das Wasser ist etwas unruhig Auch nicht schlecht Dass sich so das Dass sich das immer verändert Als ich Hier das letzte Mal war Da war das Wasser wirklich Äh Spiegelglatt Und ich bleib mal stehen Ich verrate es einfach mal Im Wasser gibt es Riesige Fische Die sind aus wie Piranhas Sind nur fünfmal größer Die sind wirklich riesig Die sind groß So groß wie Weiß ich nicht Welte oder so Und pass auf Leute Ich hab jetzt hier Keinen Mauszeiger Aber ich kann ja mal Geht er da ins Wasser? Wenn ich jetzt mal E drücke Ne Er geht ins Boot Ich bin mit dem Boot Von dort Äh Auf die Insel hier geschwommen Und als ich auf die Insel Ankam Also als ich an der Insel ankam Dachte ich erst Ich bin zu weit gefahren Und aufs Land rauf Weil es plötzlich so So geruckelt hat Und dann hab ich aber gesehen Dass ich ein Krokodil Überfahren habe Also hier schwimmen Nicht nur Riesenfische drin Sondern auch Krokodile Ich möchte ja auch Deswegen behaupten Mich aus dem Boot Aussteigen Ich glaube ich hab grad Einen Fehler gemacht Und hab das Boot So weit Hier an Land gesteuert Aber wir können Das Boot auch stoßen Ich kann ja mal Ein bisschen ins Wasser Reingehen Da seht ihr schon Die Fische Die attackieren einen Sofort Wenn sie einen sehen Ah jetzt wird's dunkel Das ist ja cool Also hier in Far Cry Wie gibt's wirklich alles Hab auch schon Vollmond erlebt Und alles Unglaublich Und hier Gibt's nämlich auch Ein Special Zum Sammeln Hier gibt es Wenn es Das Mausrad Jetzt zulässt Wer's noch nicht weiß Mein Mausrad ist ja kaputt Die Maske von Yalong Suche dieses Gebiet Sorgfältig Nach der Dämonenmaske ab Die von einem Serienmörder hinterlassen wurde Und entferne Unter oder zerstöre sie Du erhältst XP Problem ist nur Dass Das ja so Im Wasser ist Und ich habe ja Gerade erzählt Was wir denn im Wasser Alles so vorfinden Das sieht ja geil aus Können wir jetzt auch Ne so ins Wasser treten Kann was nicht Schade Ja jetzt hab ich mir fast gedacht Dass wir mit dem Boot Jetzt hier Nicht wegkommen Oder Doch Doch Kommen wir Ah sehr gut Wenn nicht hätten wir uns Das Boot Erklaut Und den Leuten da rechts Und das ist ja auch noch Ein geiler Ort Die Wasserfälle Die machen wir natürlich auch noch Und dann werden wir mal Mit der Story Ein bisschen weiterspielen So jetzt werde ich aber Erst mal gucken Vielleicht engt sich ja Der Kreis ein Deshalb fahre ich jetzt Mit dem Boot Erst mal so lang Mit der Hoffnung Aber ich glaube Das sieht schlecht aus Wir können doch jetzt Da nicht runtertauchen Wenn hier 3000 Fische sind Wie soll denn das gehen Ganz komisch Da seht ihr den Mond Und die Schatten Das ist unglaublich Dieses Spiel Es ist so geil Haha Sieht so unfassbar gut aus Dabei hat das Spiel Nicht mal Wirklich gute Frames Weil es einfach noch Gepatcht werden muss Jetzt so kurz Nach dem Release Also ich spiele Wirklich nicht mit Vielen Trames Pro Sekunde Da seht ihr es blinken Also ich sehe es blinken Da ist die Maske Oh ich habe so Angst Ich werde jetzt Komplett Ein Fisch um die Ecke Army Versorgungsflug 2911 Ort entdeckt Und unser Kumpel AJ Gale Der kriegt hier gleich Keine Luft mehr Kurz durchatmen Oh ich will nicht Von einem Fischi Gefressen werden Ihr müsst auch Irgendwie die Maske sein Die gibt es ja jetzt Zu finden Wenn ich wüsste Wo sie ist Ach AJ Komm halt noch ein bisschen Durch Ich schaffe da nicht Ja ja Du Ich habe es nach Luft Ich weiß Wo ist die Maske Du trägst Wie Du hast mich in Frieden Schwarzmarkt Medikamente Ganz viel Geld Aua Aua Mann Jetzt lass mich doch mal in Ruhe Oh zwei Au 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 Okay jetzt Uh heilen Heil dich Heil dich Heil dich Scheiße Oh ein Boot Ja Lol Ah ich verpiss mich Okay ich sterbe I'm dying here Oh my god Oh my gosh Das war eigentlich mit den Fischen Ah die sind ja Riesendinger Verdammt nochmal Wenn man sich länger an einem Ort auffällt Dann Ne und so Dann checken die das halt Jetzt ist da der Army Versorgungsloop Aber immer noch keine Maske War das jetzt Hät die da jetzt sein können Ist aber nicht Oder ist die da jetzt auch irgendwo Manchmal schwimmen die auch an der Oberfläche direkt Das ist total krass Das ist irgendwie doof Dass man unter Wasser keine Waffe zücken kann Hm Ach man Oh Wenn ich jetzt wenigstens an der Oberfläche wäre Und ich irgendwie einen abschießen könnte So ich guck jetzt gar nicht nach links und rechts Ah da ist er Du sollst die Maske nehmen Junge 1 von 55 Noch 2 bis zur nächsten Belohnung AJ raufs aufs Boot Rauf aufs Boot Oh Fische Ah man da hat man immer Angst Und Paranoia Eine Schützenhilfemarke Die wir jetzt irgendwie öfters bekommen Was auch immer das wohl bringen mag Für jede Maske von Jalung Die du entfernst oder zerstörst Erhältst du eine Belohnung Schützenhilfemarken Vom goldenen Pfad Wie gesagt Was die bringen Weiß ich jetzt leider nicht So und wir gucken mal da hinten noch Da sind nämlich die Coolen Wasserfälle Die man auch erstmal entdecken muss Die waren gar nicht so von sich aus Ist ja jetzt mal hier im Spiel drin Ich weiß allerdings nicht Wie ich da jetzt hochkomme Ähm Hm Bin da jetzt Runtergesprungen Aber wie kommt man da jetzt hoch That's the question I have You know Dann driven wir mal ganz smooth Darüber Nee So Steige ich mal aus So Hier haben wir Was ist das Eine Art Gott sei Dank Das ist Opfergaben hier Hier liegen die Leichnen ja noch so Einfach verstreut rum Und wir haben auch hier wieder Ein Tagebuch Noch eins was zur Belohnung Kann wir hier rein Lass mich rein Von nicht Die Kisten plündere ich jetzt nicht Weil wir eh mit Geld voll sind Fähigkeiten Ja ja Weil wir mit Geld voll sind Und Alle möglichen So Ich Weiß jetzt leider gar nicht Wie wir zu den Wasserfällen kommen Ah Ich sehe schon Wir müssen den Vati entlang So Und dann können wir doch mal kurz Fähigkeiten Wir haben jetzt Wieder zwei Fähigkeitspunkte Könnten jetzt Jaja Ist ja gut Elefant Viertes Gesundheitsfeld uns machen Heilspritzen erneuern Vier deiner Gesundheitsfelder Bringt natürlich jetzt noch nicht so viel Wenn man nur drei hat Die Geschwindigkeit Mit der du Dinge reparierst Ah ne Reparieren brauchen wir nicht Du Achso Wir Ernten doppelt so viele Blätter Beim Dingens in einer Pflanze Beim Ernten einer Pflanze Nahhorn Nah Nahhorn Genau Ist klar Tiber hat das wieder in Deutsch Das ist unfassbar Nashorn Hau Du erleidest weniger Schaden Durch Feuer und Explosionen Hm Ja durch Schüsse Wäre irgendwie besser Elefantenreiter Halte E Um auf einem Elefanten zu reiten Stürme dann mit Schiff los Und zerschmettere Gegner mit F Ich glaube das machen wir oder Klingt irgendwie wahnsinnig cool Hier hätten wir noch den Tod von unten Aber Ähm Das habe ich da Ich auch im Gameplay gesehen Das gab es glaube ich auf der E3 Dieses Jahr Elefantenreiter Elefantenreiter klingt wahnsinnig cool Ich weiß nicht wann das zum Einsatz kommt Aber Wenn dann haben wir es Können das gleich nutzen Mäh Ich finde die Geräusche immer lustig Oh Elefantenreiten Tutorial E halten um auf einem Elefanten aufzusitzen Oder von ihm abzusteigen Drücke Shift um loszustimmen Und Objekte zu zertrümmern So ähnlich wie das Nashorn für ihn Oder drücke F Um Gegner zu zerschmettern Und zu werfen Oder um andere Elefanten In der Nähe anzulucken Okay Sind also nicht nur Friedliche Zeitgenossen Sondern die haben es auch Faustdeck hinterm Russel Haha So Dann machen wir uns jetzt auf Bei Sonnenaufgang Und Tagesanbruch Ah Seht euch die Berge an Wunderschön Zu den besagten Wasserfelden Der Weg dahin ist echt cool Ich finde die Atmosphäre im Spiel so genial Jetzt schon Wenn hier so einfach Leute langlaufen Bläh Was ist denn heute los Ich fass es ja nicht Wenn hier einfach Leute langlaufen Wie gerade eben So mit Wanderstöcken Überher hast du diese Wimpel Dann die Tiere Die du jagen kannst Dann die asiatische Musik Wie sie jetzt gerade Im Hintergrund ist Die Geräusche Die Tiere machen Alles Die wunderschöne Landschaft Das wirkt so friedlich Und trotzdem läuft man Mit einer Waffe rum Das ist fast ironisch Verdammt cool einfach Was ist das Untertitelung des ZDF, 2020